Hier präsentieren wir die 5 besten Hardrückner Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Braun Satin H7 HD 710 Solo Braun Satin H7 Hardrückner HD 710 ein professioneller Hardrückner, der für die Vermeidung der Austrocknung und der Schädigung von der Haare während des Trocknens entwickelt wurde. Jetzt können Sie über spröde und trockene Haare vergessen. Ihre Haare werden immer gesund und glänzend während des Trocknens. Dank der Satin Protect Technologie und der IONTEC Funktion werden Ihre Haare vor verschiedene Schädigungen geschützt. Lassen wir uns in diesen Technologien ausführlicher auskennen. Mit Hilfe von patentierter Satin Protect Technologie können Sie durch einen Klick auf den Schalter die Temperatur des Luftstromes bis 70 C begrenzen. Nummer 4. Valra Professional H3 SL 3000 Pro Rotocord Das nächste Modell von Hardrückner ist Valra Swiss Light 3000 Pro. Dieser Hardrückner vereint in sich eine ergonomische Form und gute technischen Daten. Dieser Föhn ist auch benutzerfreundlich, denn er ist leicht und kompakt. Sein Gewicht ist nur 360 Gramm ohne Kabel. Der Handgriff ist auch bequem. Auf einer Seite des Handgriffs befinden sich zwei Bedientasten. Dank der Konstruktion des Haartrockners können Sie mit einer Hand die Leistungs- oder Temperaturstufe einfach umschalten. Die Leistung dieses Föhlens beträgt 1600 W. Und er kann Ihre Haare in Minuten schneller trocknen. Der Hersteller hat diesen Hardrückner mit einem Welldrahtheizelement ausgestattet. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere List Nummer 3. Remington D5220 Ion H3er Witz Diffuser Remington D5220 Ionen Hardrückner ist ein leistungsstarkes und professionelles Gerät. Dieses Gerät hat alle innovativen Funktionen für schnelles Trocknen und für die Schaffung von ausgezeichneten Haarstylings. Mithilfe dieses Geräts werden Ihre Haare glänzend, gehorsam und gepflegt. Der Motor dieses Geräts schafft während des Arbeitsprozesses einen Luftstrom, der bis 90 km pro Stunde beschleunigt wird. Es ist bekannt, dass je höher Leistung ist, desto mehr heißer Luftstrom ist. Das bedeutet, dass Ihre Haare schneller getrocknet werden. Mithilfe von zwei Düsen, die komplett sind, können Sie nicht nur die Haare ausrichten, sondern auch sie sich ondulieren. Nummer 2. Philips HP 8232 Care Collection Viele Frauen, die dünne Haare haben, verwenden einen Haardrückner selten, da heißer Luftstrom die Haare noch mehr verdünnen kann. Aber mit Philips HP 8232-00 können Sie sich keine Sorgen machen, der Thermo Protect Funktion hat. Diese Funktion reguliert die Erwärmungstemperatur, haltend auf einer Temperatur unter 57 C. Die Geschwindigkeit und die Leistung sind dabei und verändert. Also Sie bekommen schonendes Trocknen ohne den Leistungsverlust. Mit Ionisierungsfunktion können Sie ausgezeichnete Stylings ohne die Schädigungen der Haare bekommen. Negativ geladene Ionen verbessern den Haarzustand, schließen jede Haarflocke, deshalb bekommen Ihre Haare einen schönen Glanz. Und die Nummer 1 unserer Liste. Vabylis AC Hardreyer Pro Express 6614 Vabylis AC Hardreyer Pro Express ist ein professioneller Haartrückner, der eine Verfügbarkeit und ausgezeichnetes Ergebnis garantiert. Es gibt in diesem Gerät ein innovatives Kompressorsystem, das die Geschwindigkeit des Luftstromes bis zu 120 km pro Stunde erhöht. Auf solche Weise ist das Trocknen sehr schnell. Es gibt auch die Möglichkeit die Geschwindigkeit des Geräts mit Hilfe von zwei Tasten selbstständig zu regulieren. Sie können auch drei Temperaturstufen für Ihren Haartyp auswählen. Dicke Haare soll man bei maximaler Temperaturstufe trocknen, um das Haarstyling schnell zu machen. Und für das spröde Haar ist heißer Luftstrom sehr schädlich. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube Kanal.